Junge Bro, kauf dir mal passende Hosen. Du hast so recht. In diesem Kommentar war ich shoppen. Ich war bei Bershka und bei Bershka habe ich diese Hose gekauft. Junge Bro, ich finde die passt ganz gut. Oberteil habe ich auch von Bershka. Dann habe ich von Bershka noch dieses Blazerkleid gekauft. Dazu diese Schuhe. So sieht das angezogen aus. It's not getting. Aber die Schuhe sind sehr cool. Dann war ich auch noch bei Zara. Da habe ich dieses Hemd hier gekauft. Zeig's euch mal. Nee. It's giving Oma. It's giving Leverin. Dann habe ich von Zara noch diese Lederjacke. Und ich liebe diese Lederjacke. It's giving Mami. Dann war ich bei Haar und Dem und bei dem bin ich mir sehr unsicher, ob ich es behalte. So etwas trage ich normalerweise nicht. Das sieht so aus. Was sagt ihr? Und als letztes ist dieses grüne Basic Kleid. Kommentiert mal bitte, was soll ich behalten und was soll ich zurückschicken. Uh. Wooo. 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 Wooo.